Ja moin, herzlich willkommen zurück zu einer Runde unseres Wildviews, zusammen mit Steffen. Moin! Wir sind schon wieder übel spät, hier ist schon jemand drinnen. Ja, ich geh da einfach mal mit rein. Ja, ich auch. Klopp ihn, klopp ihn! Eie! Der will uns auch kloppen! Wir können den anderen auch! Ich bin ein One-Shot! Ich auch! Raus da, raus da, raus da! Nee, der ist verwirrt! Ach, ich bin down! Der hat nur noch einen! Der ist One-Hit! Der ist One-Hit? Der ist bestimmt One-Hit! Komm schnell rein! Gib mich mal auf! Eigentlich müsstest du mich jetzt selber mal runterbringen, dann kommst du mit mehr Leben wieder raus, als du jetzt hast. Hahahaha! Warte kacke! Ein Zweier-Skauf geben, ich hab die Einzelschuss-Waffe. Ja, ja. Hab ich schon gesehen. Hast du ein Zweier-Skauf? Nee. Dann könnte ich dir ein Zweier gleich geben. Ich hab halt nix zum Heilen. Ja, warte ich dir! Ich hab halt nur Scheiß... Hier brauchst du noch Energy. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Mach... Mach dich ruhig tot! Das ist nicht okay! Mach ich ab! Hast du noch blaue Munition? Ich hab keine! Ah, ja, hier! Hier! Willst du die andere Waffe da nehmen, oder? Äh, ja! Ich hab sonst nur ne Glock. Ja, aber hier hab ich noch Energy gedroppt. Bist du dann voll, oder was? Ja, ich hab jetzt vorher hier draußen noch ein Energy. Ich brauch kein Zweier. Ich hab schon... Nee, so. Ich bin im Moment noch am Heilen. Hier drehst du noch ein Zweier-Helm für dich. Komm, na. Oben ist nur ne Granate. Oh, oh, oh! Ich werd von hinten beschossen. Ich seh da keinen. Das waren wahrscheinlich ein Abpraller. Unter uns? Das waren aber bestimmt 10 Schüsse, die auf mich gegangen sind. Der sitzt links unter uns war grad einer. Ah, unter uns. Unter uns. Oh Gott, ich muss nachladen. Der ist ziemlich low. Der hat aber ne Shotgun. Oh, oh! Der fliegen natürlich viele Granaten. Ah! Wieso treff ich heute so kacke Scheiße? Ich muss hier weg. Okay. Ich verteidige deinen Rücken. Aber der hat auch überhaupt keine Nahkampfwaffe. Na ja, ich auch nicht. Ich hab nur... Kacke. Ah, ich hab das ne Kopf. Ich hol mir die jetzt von hinten. Pass auf, Dominik. Ah, ich hab ne Nachkampfwaffe. Ich komme. Wo sind sie denn? Da oben. Okay, ich hab nicht einen Schuss getroffen. Ah, sehr gut. Oh, hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Der macht mich. Keine Munition mehr. Ich komm jetzt mit ner Shotgun. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Was für ein Fehler. Sehr gut. Ja, einmal noch geholt. Aber es wird... Hier ist noch einer am Nachladengag gewesen. Nein, die will ich nicht. Oh, du bist jetzt im Glück relativ voll. Da unten ist er. So dann. Hallo? Da hinten. Oh, ich hab einen ausgenossen. Nice. Dann hol den anderen. Der hebt den grad auf. Was zum Teufel machen die da? Der hat einfach immer weiter aufgehoben. Auf. Ich muss denn jetzt aufheben. Ich kann nicht aufhören. Die F-Taste klemmt. Heute ist schon wieder was los hier. Mein Gott. Aber ich bin auch schon... Ich muss erst mal wieder ein bisschen einspielen, habe ich das Gefühl. Ich hau grad so ein bisschen daneben mit den Schüssen. Du kommst ja grad auch aus der Bahn. Ich meine... Oh. Ist das ja kein... Oh Gott. Das ist ja kein Wunder, wenn man ein bisschen durch ist. Nice. Ja, Bahnfahren ist immer so ein Abenteuer. Oh. Oh, da muss noch einer. Und der sieht dich. Und der Sniper. Oh. Die macht ja gar keinen Schaden, die Waffe. Ne, ist das Warneska. Der hat nur einen Schloss damit gemacht. Wie kacke ist das denn? Das kann ich dir natürlich nicht looten. Ach, das wird hier wieder spannend. Na. Aber du bist ja gar nicht so schlecht equipped. Ne, das geht leider nicht. Der Sniper wäre halt noch ganz nice. Aber ansonsten... Du hast die Stadt können, die du gerne spielst. Oh, unten. Hinter dir. Der hat keine Rüstung, oder? Ne. Oh, danke sehr schön. Das nehme ich doch gerne mit hier sowas, ne? Sag mal nicht nach. Oh, nice. Hast du genug Shotgun? Äh, ja. Ja. Habe ich irgendwie nicht gesehen, aber ich habe hier noch genug. Ja, bevor es jemand anders bekommt. Ja, klar. Das ist ja immer ein rares Gut hier. Ja, eben. Die Muniz haben nicht mal ganz so viele Streu, ne? Die sehen mich nicht. Hier kannst du ja da hinten komplett wegsnipern. Da steht ein Stein im Weg. Das war ja richtig stark. Ja. Ich würde sagen, eSport ready. Ja. Ich bin doch echt so ein bisschen... Na ja. Heute bist du echt richtig durch, ne? Na ja. Na ja. Waren vorhin war auch so ein Problem mit einem, der kein Ticket hatte. Das war auch wieder lustig. Erstmal hab ich den Verkehr wieder aufgehalten. Nö, ich will nicht aussteigen. Oh, das war wieder richtig anstrengend, ey. Ah, schon nervig. Vor allem deine Buszeiten sind ja immer danach schon wieder getaktet, ne? Ich werde fast noch den Bus verpassen. So, Freunde. Jetzt kommt ja der Abstaurer. Nice. Die sehen dich nicht. Die sehen dich nicht. Die sehen dich nicht. Ja, nice. Wie viel Schuss hast du denn für die scheiß Waffe? Alter. Ach, die schießt mit blauen Munition, ne? Jo. Da willst du mal was gar? Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Was? Oh Gott. Ja, glaub ich, die Saiger, oder? Kann das sein? Die macht ja übel Schaden. Was war das grad für ein Hit, Alter? What the fuck? Alter, der hätte dich ja komplett auseinander genommen. Aber irgendwie ist der ein bisschen doof. Aber jetzt ist der schön auseinander. Der ist geistig komplett verwirrt. Der weiß nicht, wo du bist. Ne. Sieht er mich? Glaube nicht. Ne. Premium getroffen. Ja. So. Nice. Oh, Alter. Das war ne Quälerei. Du, meine Fresse. Aber, ja. Winner, winner, chicken dinner, würde ich sagen. Und, äh, damit würde ich sagen, war's das für heute. Wir machen die so nächste Woche ein bisschen kürzer, weil wir nicht ganz so viel Zeit haben zum Aufnehmen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was wir hier abgeliefert haben, schräg schräg Dominik. Und bis dahin. Tschö mit Ö. Tschö. Tschö.